ja ja du wolltest ja wieder von castrop sehen ich bin gerade hier auf der waldburgstraße in castrop ja hast du wahrscheinlich schon die schnauze voll von der waldburgstraße aber ja zeichnen wir hier hier ist der friseur wo ich immer hingehe ja direkt in der rehaltestelle ja weiß nicht warum so viele leute von euch auf castrop video stehen ja auf jeden fall zeichne ich jetzt vor euch die waldburgstraße auf ein stück davon castrop videos sind eigentlich spontan hier kann man sich t-shirts bedrucken lassen mal so zur info ich habe den lang bloß noch nie offen gesehen ja da hinten ist aidi vielleicht kein geld von weiten tattoo shop ja der hakuna matata tattoo shop den haben wir hier natürlich auch das heißt haben wir hier natürlich auch den gibt es ja nur einmal ich stehe jetzt zwar nicht so oft tätowierungen aber wie geil die scheiben gemacht worden sind da oben ist irgendwo music das war gleich sinnbar wo er groß war oder feier von simba hier ist der simba hier ist pumba timon und rafiki und da oben dieser vogel wie hießen denn auch der papagei tattoo shop hat du schon beim hakuna matata ja weiß auch nicht was ich großartige erzählen soll castrop videos ja was wollt ihr denn von castrop ganz genau sehen fragt mir doch mal in die kommentare rein was was ihr gerne sehen wollt dann könnte ich das in castrop aufnehmen das ist eigentlich nicht das ding ich komme überall in castrop hin könnt alles aufnehmen wenn ihr ein paar bestimmte vorschläge habt was ihr gerne sehen wollt könnte ich das für euch aufnehmen ist alles kein problem ja ja und das war es eigentlich schon wieder mit der aufnahme ich bin nämlich hier wo ich hingehen wollte ja da blockieren jetzt die lkws pkw transporter ja auf jeden fall ist da hinten eine id ich gehe mal ein paar schritte weiter da kann man das vielleicht noch erkennen da ist id und da hinten ist mediamarkt aber das kann ich euch jetzt nie mehr zeigen keine Zeit für ich hoffe euch hat das video trotzdem gefallen falls ja daumen nach oben falls ihr mehr videos von mir sehen wollt könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren danke fürs zuschauen danke fürs danke fürs